In Paris begrüße ich jetzt Theo Koll, unseren Korrespondenten. Herr Koll, immer wieder spielen die Muscheln auf dieser Flügelklappe eine Rolle. Was könnten die für einen Hinweis geben? Nun, das Wrackteil ist ja fast 17 Monate an der Oberfläche getrieben. Und in dieser Zeit haben sich dort kleine Krebstiere angesiedelt, die etwas verfälschend Entenmuscheln heißen. Und davon gibt es unterschiedliche Sorten in bestimmten Teilen der Weltmeere. An den unterschiedlichen Arten, die am Wrackteil zu finden sind, lässt sich dann vielleicht der Weg im Wasser erkennen. Und die ältesten Muscheln dürften aus der Nähe des Absturzortes stammen. Bisher ist das abgesuchte Gebiet ja mit 120.000 Quadratkilometern unglaublich groß. Vielleicht lässt sich dann, indem man über diese Muschelsorten das Gebiet etwas weiter eingrenzen. Wobei es auch Experten hier gibt, die vor allzu übertriebenem Optimismus warnen, die sagen, der Indische Ozean sei wie eine Art Flipperautomat. Also Teile könnten sich sehr unterschiedlich verteilen. Also die auf... Untersucht wird aber neben diesen Muscheln... Bitte? Pardon. Ich wollte sagen, diese Muscheln geben den Hinweis vielleicht auf den Weg des Wrackteils, aber sicher nicht auf die Absturzursache. Da könnten Risse, Schleifspuren, vielleicht sogar Sprengstoffreste Hinweise geben. Man untersucht ja weiter. In der Tat, dieses Labor ist ein Militärlabor des französischen Verteidigungsministeriums. Das ist sehr gut ausgerüstet, unter anderem mit Mikroskopen, die bis zu hunderttausendfach vergrößern können. Das heißt also auch kleinste Restspuren von Rußstellen oder möglichen Explosionsfolgen könnten damit festgestellt werden. Von besonderem Interesse sind natürlich dabei diese Bruchkanten, um zu ermitteln, wie und warum hat sich dieses Teil nun vom Flugzeug gelöst. Die Flügelklappe ist ja für einen Laien jedenfalls noch vergleichsweise intakt. Das könnte, so erste Einschätzung hier, auf einen Aufschlag mit eher geringerer Geschwindigkeit hindeuten. Die französischen Behörden sind bei der Bekanntgabe von Ergebnissen oder Erkenntnissen sehr viel zurückhaltender als die malaysische Regierung. Was kann man daraus ablesen? Nun, es wird auch von den Angehörigen der Passagiere oder auch der Opfer immer wieder der Vorwurf geäußert, dass Malaysia die Sache so schnell wie möglich abschließen möchte. Das muss man sagen, ist ein Eindruck, den man sich durchaus anschließen kann. Erst kam diese sehr schnelle Bestätigung, dass es in der Tat die MH370 sei, ohne dass es wirklich einen Beleg dafür gibt. Also der hiesige Staatsanwalt ist sehr viel vorsichtiger, weil es natürlich sofort auch rechtliche Konsequenzen hätte. Also für Versicherungen, für Testamente, dann sind die Menschen tot erklärt. Und Malaysia möchte möglicherweise dieses traurige Kapitel auch für die eigene nationale Fluglinie abschließen. Denn Malaysia Airlines ist in schwere Turbulenzen geraten. Erst durch diese verschwundene MH370 und dann wurde ein Flugzeug der Airline über der Ukraine abgeschossen. Wir erinnern uns. Also da ist vielleicht der Verdacht nicht ganz unberechtigt. Malaysia hatte ja auch gestern für Verwirrung gesorgt, weil man wieder gefundene Wrackteile angekündigt hatte. Die Franzosen haben das aber dann sofort dementiert. Trotzdem wollen Sie sich weiter verstärkt einsetzen. Der Verteidigungsminister hat den Einsatz von Flugzeugen und Schiffen der Armee angekündigt. Also ist auch Frankreich daran interessiert, Klarheit zu schaffen. Absolut. Frankreich hat auch Passagiere an Bord gehabt, wenn auch nicht so viele. Es waren ja zwei Drittel der Passagiere Chinesen, aber es gab einige Franzosen, die an Bord waren. Und das ist unsere Erfahrung hier vor Ort. Frankreich ist in solchen Situationen sehr gut. Also wir haben das beim Absturz der German Wings Maschine in den Voralpen erlebt. Also da ist Frankreich eine Nation, die in solchen Situationen alles tut, was möglich ist, um auch den Angehörigen zu helfen. Denn das muss man sich immer noch vor Augen führen. Die Angehörigen, viele von denen haben auch noch die Hoffnung, dass vielleicht die Maschine dann doch irgendwo gelandet sei. Dass also die Menschen noch leben und diese Ungewissheit ist, glaube ich, für die Familien mit das Schlimmste. Und insofern versucht man alles zu tun, um da auch Klarheit zu erlangen. Thierkoll, danke nach Paris. In der Tat, es ist da nicht nur Materie abgestürzt, sondern es sind menschliche Schicksale. Danke nach Paris. Danke nach Paris.